Hallihallo meine lieben YouTuber! Heute bin ich in Eibenstorf auf der Sommerrodelbahn und ich wollte euch jetzt einfach mal die Bahn zeigen. Jetzt geht es erstmal hinauf, also sehen wir uns oben gleich wieder. So, jetzt sind wir gleich oben und dann geht es wieder steil bergab. Viel Spaß! So, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. So, und schon sind wir wieder am Ende der Strecke angekommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!